Sie können mit einer SMS im Endeffekt, wenn Sie in Freiburg unterwegs sind und irgendwo sitzen und wissen nicht, wann Ihre nächste Heimfahrt stattfindet, mit einer SMS Ihre Abfahrtszeit anfordern. Sie bekommen dann auch Echtzeit, also in der Tat die Zeit, die der Rechner ermittelt, bis die Straßenbahn oder der Bus dann auch an Ihrer Haltestelle eintrifft. Und wir haben auch als zweite Möglichkeit noch die sogenannte Fahrplanauskunft mit dem Handy. Da können Sie zu jeder x-beliebigen Zeit jede x-beliebige Verbindung der Freiburger Verkehrs AG heraussuchen, also mobil, mit Handy und natürlich auch mit der VWG.